Hallo Walaikum 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 Du wolltest den Islam annehmen, ja? Meine Freundin, ich habe schon mal einen konvertiert, ja, einen schlechten Mann anzusuchen, das war in April ungefähr, bei ihnen habe ich auch konvertiert, Alhamdulillah, und meine Freundin ist jetzt auch bereit, jetzt schon Ach so, cool Wie, du hast auch bei mir Islam angenommen, oder wie? Genau, ich, ähm, ich war auch, äh, verlobt, aber es hat leider nicht mehr geklappt, und jetzt, äh, Inshallah Cool Ja gut, dann machen wir das jetzt mit deiner Freundin, Alhamdulillah, super Genau, ja Hallo Hallo Ja, du wolltest den Islam annehmen, du kennst das ja sicherlich schon von deiner Freundin, alles was du machen musst, und so, ja? Ja, genau Perfekt Gut, ich, äh, soll ich ihr die Scheherra vorsagen, oder willst du sie alleine sagen? Ja, kann ich mir das vor sagen Ich sag dir das vor und du sagst mir nach, aber du weißt, was das bedeutet, ja, du hast dich ja informiert, ne? Ja, schon einfach Okay, dann machst du das jetzt mit der Absicht, jetzt in Islam anzunehmen, okay? Dass ein neues Leben beginnt, Inshallah, okay? Ja A Anita Also Iikat 也是 forums Es Mohammedan ja super gut dass wir das hinter uns haben wie bist du denn wie bist du wie alt bist du und wie bist du dazu gekommen super ja perfekte haben da freut mich auf jeden fall aber ich schicke gleich seiner freundin auch noch mal so eine so ein link da könnt ihr drauf gehen da kriegst du bücher zugeschickt wo wohnt ihr welche in welcher stadt wohnt ihr in frankfurt ok ja super perfekt gut dann schicke ich dir den link zu und falls du irgendwann hast du auch hast du auch instagram gut wenn du kannst mich pass auf dann kontaktiert du mich am besten dann lasse ich dir das direkt selber direkt zu kommen da kriegst du dann auch noch mal so eine bestätigung zugeschickt so eine offizielle ja und bücher zugeschickt wo allgemeine informationen zum islam drin stehen noch mal damit ich richtig informieren kannst und falls irgendwelche probleme es versuche ich einfach zu kontaktieren ok gab es irgendwie so ein hast du dir auch vor so ein paar videos angeguckt von uns über islam ja ich hab mir sehr viele videos angeguckt meine freunde hat mir sehr viele videos gezeigt und schaffte mir wirklich die feste um alles gut durch zu gucken und wo ich es halt angeguckt habe da ich bin wirklich die tränen gekommen weil ich das so schön fand die wörter Allahu akbar super perfekt alhamdulillah super freut mich riesig guck mal was du nachher auch noch machen muss ist oder machen solltest ist dass du praktisch so eine dusche nimmst das ist so wie als wenn du alle unreinheiten von dir abwischst ok wenn du nach hause kommen sind schade ich weiß nicht wo ihr seid ok dann wünsche ich euch was macht es gut und melde dich dann schicke ich dir das zu ok dann schicke ich dir auch paar videos wo dir nochmal alles erklärt wird die ersten schritte ok nichts zu danken das imperium schlägt zu druck inshallah salam aleikum